Willkommen zu einer neuen Ausgabe von FileMaker Pro Videos auf Come2Publish. In dieser Ausgabe geht es um die Navigation, also um die Frage, wie lässt sich in FileMaker Pro eine Navigation erstellen. Eine Navigation lässt sich in FileMaker mit Hilfe verschiedener Möglichkeiten erstellen. Das erste ist, dass man sogenannte Buttons oder Knöpfe nutzt, die mit einer Zielseite verknüpft werden. Dann gibt es seit FileMaker Pro 14 die Möglichkeit, einen sogenannten Button Bar einzusetzen, also eine Navigationsleiste mit verschiedenen Knöpfen, die sich automatisch anpassen lassen, aber auf jede einzelne Seite einzeln erstellt werden müssen. Dann gibt es zum Dritten auch die Möglichkeit, eine tabellengesteuerte Navigation zu machen. Das ist für grössere Projekte mit Sicherheit die bessere Lösung. Es gibt auch hier verschiedene Ansätze und wir schauen eine einfache Möglichkeit an, eine dynamische Navigation selbst zu erstellen. Alle Angaben dieser kurzen Serie finden sich dokumentiert in einer Beispieldatei, die als Abonnent von Come2Publish auch heruntergeladen werden kann. Hier sehen wir die Startseite der Beispieldatei und es gibt hier einen einfachen Button. Das ist das erste, was wir kurz anschauen. So wie es funktioniert, funktioniert es letztendlich überall. Es ist also eine Basisinformation, auch wenn man Buttons wahrscheinlich für die Navigation letztendlich nicht einsetzen will. Wenn wir hier wechseln zum Layout, also im Layout bearbeiten Modus wechseln, lässt sich das Objekt auswählen. Dem Objekt wurde ein Stil zugeordnet. Die kann man ja hier ändern. Aber viel wichtiger ist es, dass wir hier eine Möglichkeit haben, eine Funktion auszulösen. Das kann man entweder machen durch einen Doppelklick, sodass eine Tasteneinstellung, ein kurzes Informationsfenster, erscheint. Oder indem wir mit der rechten Maustaste auf den Button klicken und dann zur Tasteneinstellung wechseln. Oder wenn wir es direkt zuordnen möchten, können wir hier auch direkt zur Tastenaktion gehen. Jetzt ist hier noch eingestellt nichts zu, aber wir können auch sagen, wir fügen einen einzelnen Schritt hinzu. Und dann öffnet sich ein Tastenaktionsfenster. Und da kann ich auswählen, gehe zu Layout. Und ich kann hier auf Original Layout klicken und eine Alternative auswählen. Und hier sagen, ich gehe jetzt zum Layout Button. Das ist ein weiteres Layout, das nächste Layout. Und sage OK. Wenn ich jetzt das Layout in Normal-Modus, in Bearbeiten-Modus wechsle, dann habe ich hier jetzt einen Button definiert. Und ich sehe das sofort, dass wenn ich darüber gehe, dass auch bestimmte Aktionen sichtbar werden. Ich kann noch einmal zurückgehen und das noch anklicken und sagen Tasteneinstellung. Und hier kann ich bei den Optionen noch sagen, dass der Cursor soll ändern. Und zwar, wenn ich darüber gehe, dann soll es zu einem Handsymbol werden. Das klingt mich selbst immer sehr viel hilfreicher. Dann weiß ich auch, dass ich hier klicken kann. Also hier habe ich jetzt das Symbol des Mauszeigers geändert, sobald ich darüber gehe. Dann klicke ich mal darauf und lande auf die zweite Seite. Und jetzt bin ich da im Layout Button, so wie ich vor eingestellt hatte. Ich sehe das auch hier oben. Ich habe also tatsächlich das Layout gewechselt und habe hier jetzt zwei verschiedene Objekte. Denn das, was ich mit dem Button selbst hier machen kann, indem ich sage, ich will irgendwo hin. Zum Beispiel zum nächsten Seite. Dasselbe kann ich auch machen mit einem Textobjekt. Also hier habe ich einfach ein Textobjekt. Da ist kein Button, das ist kein Feld, das ist einfach ein Text. Und hier kann ich ebenfalls mit rechtem Mausklick zur Tasteneinstellung wechseln. Und ich kann auch hier sagen, was ich machen will. Entweder ein einzelner Schritt oder sogar ein Skript ausführen. Wenn ich das identisch einstelle, sage ich hier, gehe zu Layout, Buttonbar. Und dann habe ich hier zwei Arten von Buttons definiert. Ich habe ein einfaches Objekt genommen, das funktioniert mit jedem Objekt. Und hier links habe ich ein Button, also ein spezielles Layout-Objekt, welches mir noch ein paar Möglichkeiten mehr gibt. Beides funktioniert aber. Und hier beschließen wir jetzt das erste Video. Weitere Videos gehen dann weiter mit nächsten und neuen Funktionalitäten. Bis zum nächsten Mal.